Willkommen beim Romane und mehr Podcast und der dritten Staffel, dem Road-Movie-Roman Basta, König der Sunshine Coast. Erschienen ist auch dieser Roman im Rowold Verlag. Auf geht's. Basta, König der Sunshine Coast. Pizza kommt leise aus seinem Mund. Auf heißem Stein gebacken, ergänzt Mathis. Heute wohl nicht, sage ich. Egal, ruft Wayne. Egal. Wie? Stein, Ofen, offene Flamme, Feuer. Ey, Feuer? Lagerfeuer jetzt, Mathis springt begeistert auf. Und wir alle stehen auf wie auf ein unsichtbares Kommando und suchen Feuerholz im Dickicht und bringen es zu einer Stelle zwischen unseren Zelten. Ich hole meine Flasche Methylalkohol hervor, mit dem ich morgens mein Müsli und den Kaffee koche, zum Anzünden. Mathis stapelt in Pfadfinder-Manier die Äste und Zweige gekonnt aufeinander. Wayne kommt schließlich mit alter Pappe an. Dann reiche ich Mathis, der die Streichholzer breithält, den Methylalkohol. Er schraubt die Flasche auf, gießt sie über dem Holz und der Pappe zur Hälfte leer, schmeißt sie mir zu, ich, den Mund offen. Und bevor ich etwas sagen kann, fliegt in Zeitlupe das Streichholz auf den Scheiterhaufen. Die Flamme faucht meterhoch, die Nacht zum Tag gemacht. Unsere Gesichter im hellen Schein, erregt gelöst und still, setzen wir uns in einen Halbkreis um das Feuer. Nur das Knacken halbfeuchter Zweige in der Nacht. Es qualmt gen Sterne. Zeitraufferaufnahmen meiner Augen von aufsteigendem Funkenregen, aufgewirbelt von der Hitze und dem seichten Wind, die Glut dicker Scheiterholz, kleine Explosionen wie die eines Miniaturvulkans. Die glühenden Teilchen schießen bis in Baumwipfelhöhe und meine Augenlider fotografieren sie, wie lebendig, der Funkenregen, Leuchtspur-Munition in Freundschaft, eine eigene Welt noch nie gesehen, noch nie gesehen. Wabernde Hitze, das Feuer, flackernde Schatten an den Waldrand werfend, gespenstische Formen, gespenstische Ruhe, ein Tierruf, zischendes, feuchtes Holz, Erinnerungen an längst erloschene Lagerfeuer, der Halbmond über mir, er wandert über unsere Lichtung und wandert und wandert dieser Halbmond. Waynes Gesicht schält sich aus der Dunkelheit und der Stille, sein schweres Atmen, er ist alleine. Wo ist Mattis? frage ich. Pizza bestellen. Ich frage, wie? Ohne Nummer? Oh, richtig, er überlegt. Ach ja, wenn gar nichts mehr geht, wollte er die Polizei anrufen und die nach der Nummer fragen, die haben hier in dem Kaff doch eh nichts zu tun. Das ist exakt der Gedanke, der mir als erstes in den Sinn kommt, als ich wachgerüttelt werde, meine Augen aufschlage, im gleißenden Scheinwerferlicht eines laufenden Wagens. Eine Stimme dicht neben mir. Hey Mann, Mann, wach auf, wach, wach, hey, sag mal, sag mal, kennen wir uns nicht? Neben mir steht ein Pizzataxifahrer und wir kennen uns, tatsächlich. Der Typ hatte mich am Tag zuvor im Auto mitgenommen und wir hatten gut gequatscht auf der Fahrt in die Stadt. Wayne, Mattis und ich waren natürlich am Feuer eingepennt, obwohl wir den Pizzaboten oben an der Straße abfangen wollten. Daran erinnere ich mich jetzt wieder. Wir wecken die beiden und der Fahrer meint, wir wären ja eine lustige Truppe, Mitternachts Pizza sich bringen zu lassen, auf einem Zeltplatz neben einem Feuer pennend, das er schon gegen 10 Uhr über dem Inlet hat leuchten sehen. Er ist nett, sympathisch und Mattis gibt ihm ein Trinkgeld, das weder mit Trinken noch mit Geld zu tun hat. Ein daumengroßes Stück The Best in the West. Der Pizzabelag zieht sich vor unseren Gesichtern, Sud tropft auf Hosen und T-Shirts, Geschmatze, Gegrünze und dann den Letzten, uns aus den Socken hauenden Pott geraucht. Ich kann nur noch hilflos ins Feuer starren, drehe mit einem Finger in meinen Haaren, mit der anderen eine Wasserflasche haltend, an der ich hin und wieder nippe, auch noch, als sie schon längst leer ist. Das Feuer, das seinem Ende entgegenglimmt, Vogelstimmen über meinem Kopf. Wayne erwacht aus seiner Lethargie, trillert mit einer Tonpfeife, die er aus seiner Hosentasche hervorgezogen hat, und die Vögel verstummen schlagartig. Ich schaue ihn an, keine Reaktion. Ich schaue Mattis an, keine Reaktion. Ich öffne meinen Mund, um etwas zu sagen, doch Mattis kommt mir zuvor. Wer weiß, was er denen geflötet hat, und er wird's dir nicht verraten, auch wenn du ihn ganz lieb fragst. Stimmt's, Wayne? Stimmt, stimmt, ich verrate gar nichts. Kein Wort, kein Wort bekommt ihr aus mir heraus. Da müsst ihr schon andere Methoden anwenden, ihr zwei. Ihr könnt mir ruhig noch eins verpassen. Schmerz ist mein Freund. Ich schweige wie ein Grab, ich bin pervers. Kein einziger Vogel ist mehr zu hören. Wayne rappelt sich hoch und schleicht an den Waldrand. Was ist das für ein Farn? Seine Stimme als ein Teil des Flüsterns der Bäume. Das Feuer, das seinem Ende entgegenglimmt. Ich kapituliere. Ich bin eine Null im Bestimmen von Gräsern. Naja, den meisten jedenfalls. Mattis hingegen springt auf und wetzt zu ihm herüber. Achselzucken, er dreht sich um und sprintet zu ihrem Zelt, kommt wieder mit einem Buch und sie zeigen abwechselnd in das Buch, blättern vor und zurück und ich höre sie nuscheln. Ja, vielleicht. Nein, nein. Oder, sag mal, findest du nicht, das sieht aus wie... Sie schütteln ihre Köpfe. Wayne reißt ein Farn ab und hält es ins Mondlicht. Ich sag, Entschuldigung. Jungs, was macht ihr da? Geistesabwesen, antwortet Mattis. Wir bestimmen Farn. Hier steht, es gibt ein paar Dutzend Farnarten in Westkanada und wir bestimmen jetzt diesen hier. Hier. Ja, der ist es. Der muss es sein. Ja, kommt von seinem Freund. Ein paar Schritte weiter rechts beginnen sie die Prozedur von neuem. Die beiden. Das Lagerfeuer. Funken. Zeit. Ich sag, hört mal, ich verziehe mich jetzt ins Bett. Gute Nacht noch. Sie nicken, konzentriert bei ihrer Arbeit. Ich weiß nicht, wie lange ich verzweifelt versuche, in meinen Schlafsack zu kriechen. So breit bin ich, im wahrsten Sinne. Ein paar Mal stoße ich meinen Ellbogen an der Gitarre und ich weiß nicht, wo vorn und hinten ist. Und irgendwann, nach viel zu langer, verschwendeter Zeit, gebe ich auf. Liege still da, ruhig atmend, mehr schlecht als recht zugedeckt und höre, wie die beiden sich näher und näher an mein Zelt durch die kanadische Natur definieren. Schön, dass kein Bär mehr aufgetaucht ist. Das wär heute echt schade gewesen. Danke. 14. Engel ohne Flügel. Ich höre die afrikanische Flöte, auf der Wayne einige Dissonanzen verursacht, dazu der orientalisch anmutende Sing-Sang von Mattis. Guten Morgen, was da? Guten Morgen, was da? Genau so wollte ich immer schon geweckt werden. Meine Zehen sind eiskalt, ich bin hundemüde, zu früh geweckt und das auch noch mit einer schrägen Flötenmelodie. Ich bin so richtig gut drauf. Haut ab, rufe ich. Was da, was da? Mein Zeltreißverschluss wird aufgezogen. Hey, habt ihr Nasen keinen Respekt vor Privats? Das ist phänomenal. Ein Prachtexemplar von einem Joint schwebt von Mattis Hand ins Zeltinnere, sogleich ist die Bude zugeschmökert. Frühstück, kichert Wayne, ihre Gesichter hinter Nebel, übereinander im Eingang, Engel ohne Flügel. Cowboy-Kaffee, Toast, weiß und braun, Marmelade en masse, die nächste Tüte, Mokka und heiße Schokolade und Planet Drum und Chicoria am frühen Morgen. Moment, so früh ist das jetzt gar nicht. Ich bin nur gerade erst aufgestanden, die Sonne steht hoch am Himmel. So ganz nebenbei, wann wolltet ihr beiden eigentlich weiter, frage ich. Wayne grinst und zupft sich an seinem Schlapphut. Wir haben uns umentschieden, wir bleiben bis morgen. Der eine ist noch nicht tot, da baut Mattis schon den nächsten. Hinter meiner Stirn kribbelt es. Irgendwann fahren die beiden in die Stadt und so habe ich Zeit, ein bisschen zu mir zu kommen, zu duschen. Aber als ich nach dem Duschen wiederkomme, schnallen sie gerade ihre Fahrradhelme ab und schon von Weitem ruft mir Mattis Lachen zu. Ha, du hast ja einen Timingbuster, guck mal. Er hält eine Riesentüte hoch. Den habe ich gerade freihändig auf dem Fahrrad gebaut. Sie haben einen Film entwickeln lassen, in Seychelt, den sie gestern und vorgestern mit einem alten Fotoapparat geschossen hatten. Und ich frage mich, wie lange ich geduscht habe. Es sind unter anderem Fotos von Apple, einem kleinen Ort, wo sie zuvor genächtigt hatten. Hey, da musst du unbedingt hin, Buster. Ey, Apple, da, du, hin da, sagt Wayne. Mattis bestärkt ihn in der Meinung. Ja, ja, Mann, da musst du dein Zelt aufschlagen. Da wird's dir gefallen, das sage ich dir. Hör auf uns, hör auf uns, glaub uns, glaub mir. Ja, ganz nett, sage ich zu den Bildern. Nichts ist von der Gegend zu sehen, nur die beiden auf ihren Fahrrädern, rauchend, essend, trinkend, pinkelnd und immer lachend und dann zwei Fotos von meinem Zelt, ohne mich. Oh, meint Mattis, haben wir gemacht, bevor wir uns kennengelernt haben. Hä, warum, frage ich. Oh, sah so toll aus, dein Zelt. Und dann kommen Fotos von uns, von uns dreien, Fotos, an die ich mich beileibe nicht erinnern kann. Ich, als ich wie ein Hypnotisierter den Kopf in den Nacken lege, tanzend. Wir tanzend? Wir haben getanzt? Wir verbringen den ganzen Tag miteinander, spielen Hacky-Sack. Ein Spiel mit einem Tennisballgroßen Ledersäckchen, das man irgendwie in der Luft behalten muss, außer mit den Händen, stundenlang. Mattis ist ein echter Meister darin. Er näht die Säckchen auch selbst und vertickt sie. Und er scheint überhaupt viel Zeit in seinem Leben zu haben, alle beide, wenn man sie so reden hört. Sie sprechen nie über ihr Geschäft, außer das eine Mal. Nur über ihre Musik-Sessions bei Mattis jeden Freitag, wozu sie mich einladen, in einer Woche oder zwei, oder wann immer ich es schaffen würde. In ein oder zwei Wochen, denke ich. Ich lasse mir das durch den Kopf gehen und zucke mit den Schultern. Was weiß ich, wo ich dann bin? Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Will ich überhaupt soweit planen? Guck mal, ob du das schaffst. Und wenn es klappt, gut. Und wenn nicht, ey, kein Problem, Mann. Alles kein Problem, kein Problem. Was für eine Einstellung. Ein Traumleben. Ein Traumleben dank Traumberuf. Wir tauschen unsere Adressen abends und wir erzählen die ganze Zeit. Und wenn es keinen zwingenden Grund- oder Gesprächsthema gibt, dann blödeln die beiden weiter herum. Ausschnitte aus Star Trek, A Cappella-Songs aus den letzten zehn Jahren, TV-Jingles, Verkehrsfunk Vancouver oder sie effen die neuesten Filmstars nach. Und irgendwann verabschieden wir uns voneinander am nächsten Morgen. Kurz, fast geschäftsmäßig, sachlich. Sie springen auf ihre gepackten Räder und fahren los, ohne sich noch einmal umzuschauen. Und nach ein paar Metern beginnen sie wieder ihre Unterhaltungen, ihre endlosen Diskussionen und als letztes höre ich ihr Gelächter im Wald. Dann sind sie weg. Und ich bin da. Wieder alleine. Wieder alleine, aber anders alleine. Als bevor die beiden hier auftauchten. Den Rest des Tages latsche ich mit den Händen in den Taschen am Strand entlang das Inlet auf und ab, soweit es geht. Ich schmunzle über meine Erinnerungen an unsere Szenen, die Kommentare und den Quatsch und das Feuer. Wie ein Rentner, der nach 60 Jahren auf den Spuren seiner Jugendliebe über das Kornfeld seiner Entjungferung wandert. Ich muss weiter. In Bewegung bleiben, ja. Das Reisen ist wie ein Virus. Und den habe ich mir gefangen. An diesem Ort habe ich alles erlebt, was es zu erleben gab. Besser wird es nicht. Es ist Zeit. Zeit, das Zelt einzupacken. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es dir gefallen hat, dann bitte liken, teilen, weitersagen oder eine kleine Rezension hinterlassen. Ich würde mich super freuen. Wenn du Fragen hast, dann kannst du mich auch ruhig kontaktieren. Auf meiner Homepage torstennesch.com findest du die Links zu all meinen Social Media Konten, ebenso die Links zu den Podcast Plattformen wie Apple Podcast oder Google Podcast und auch die Links zu all meinen Romanen. Die Musik hier ist wie immer von Max Würden und den findest du auf Bandcamp. Bis zur nächsten Episode. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020